Ich denke, die erste Halbzeit ein bisschen Mühe, ins Spiel zu kommen, Rhythmus zu finden, um ein schnelles Passspiel aufzuziehen. Das hätten wir ein bisschen schneller machen müssen. Ich habe aber da natürlich auch ein Verständnis, weil wir natürlich jetzt auch in einer englischen Woche sind. Wir sind dann trotzdem in Führung gegangen, haben dann zweite Halbzeit besucht, auf das zweite Tor auszuzählen. Dann denke ich auch an ein Tor, ein nötiges Tor. Wir kommen wieder zurückschießen, das zweite Tor, ich bringe Spieler rein, um das Spiel zu beruhigen, um noch Ballbesitz zu haben, aber wir rennen alle nach vorne. Und ja, kriegen dann auch auf dem Eckball wieder in der Nachspielzeit ein Tor, das eigentlich voll nötig ist. Man braucht viel mehr Ruhe, viel mehr Ballbesitz und wichtig ist eigentlich immer das Team, aber drei oder andere schaut leider für sich und das ist nicht gut. Vielen Dank. 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 ... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.